ja hallo liebe zuschauer hier möchte ich ihn gerne die drohne predator fpv vorstellen ich mache ja das video wird in mehreren teilen angelegt sein das heißt ich werde erst mal zeigen was vorhanden ist und werde nachher mit der drohne mal ein bisschen fliegen wenn das wetter es zulässt wir haben jetzt herbst und ja mal schauen ob die winde da nicht zu stark sind mal sehen aber ich mache auf jeden fall ein video davon von den flug eigenschaften und ich werde auch ein video noch dran oder vielleicht auch am laptop anzeigen von den filmeigenschaften der drohne ok ich fange einfach mal an in dieser großen verpackung kam es an nicht passt kaum ins bild ist aber ordentlich verpackt worden macht einen guten eindruck und ja hier haben wir die utensilien so ist es jetzt ich habe es noch nicht angefasst deswegen das ist wirklich jetzt im endeffekt premiere ich habe mal kurz rein geschaut damit das suchen nachher nicht zu lange dauert was da vorhanden ist und wie man das befestigt im endeffekt ja hier haben wir erstmal natürlich erst augenmerk die drohne hat eine gute spannweite im endeffekt die rotoren machen einen sehr guten festen eindruck hier auf der unterseite haben wir die kamerasitzen und dem batterie schacht die kameralinse was ich sehr gut finde ist verstellbar das heißt man kann den winkel einstellen die man filmen möchte zum beispiel hier ist ein kleiner bereich den man da einstellen kann ist im endeffekt aber auch wichtig damit man auch weiß wo man filmt starre es gibt auch systeme mit starren linsen die ich überhaupt nicht mag da kann man eigentlich nur in eine richtung hier könnte man bessere draufsicht haben und hier eine bessere weiß ich je nachdem was halt was man da alt filmen möchte das finde ich recht positiv ja dies hier eingehakt ich lasse es auch so drin mit dem funksensor der funksensor ist hier für das wlan zuständig um damit mit dem handy gekoppelt zu werden gut hier haben wir noch den schacht da ist schon eine ein akkupack eingepackt lithium polymer akku diese sind auch ich finde eigentlich ganz gut die zum polymer wird eigentlich generell im modellbau verwendet hat 1000 mAh leistung gut hier ist so eine steckverbindung vorhanden diese verbindet man dann mit dem drohnen teil die steckverbindung ist aber auch schön groß ich hoffe man kann es jetzt so sehen also ist nichts kleines oder fummeliges sondern hat eine richtig angenehme größe weil bei den anderen die ich schon mal hatte wo die mein sohn hat da sind manche doch sehr recht klein und sehr empfindlich hier hat man wirklich große einheiten die man hier zusammenfügt das braucht man sich keine großen sorgen machen auch die kabel sind nicht dünn oder so sondern kann eine ordentliche dicke das ist schon wichtig weil sonst das nachher nicht abreißt oder so okay gut ich werde darauf nennen nachher ja ich werde hier nachher mal zusammenbauen zeigen wie es da vorhanden ist ich zeige nur noch eben mal die ganzen sachen die dabei waren dabei sind zwei akku packs im endeffekt sechs bis neun minuten ich werde mir die zeit stoppen das hängt natürlich auch von dem flugverhalten ab wenn man jetzt natürlich wie ein wilder durch die gegen fliegt wird es dann eher sechs minuten oder fünf minuten halten ist natürlich wie beim auto ne je schneller ich fahre desto mehr verbrauche ich oder dementsprechend wenn man ruhig fliegt wird es wahrscheinlich auch in die acht neun minuten richtung gehen gut das sind die beiden akku packs schön finde ich dass wir dass man die beiden akkus nicht herausnehmen muss die kann man wirklich so dann mit dem usb ladegerät hier an seinem usb ladegerät laden das ist nicht dabei ein ladegerät aber jeder hat ja so ein handy ladegerät oder am pc oder am laptop kann man das an usb stecken und lädt es damit auf gut das einmal hierzu anbringen an die drohne muss man noch die beiden standfüße diese haben eine gute befestigung schön finde ich dass sie eine führung haben die werden noch mit einer schraube hier fixiert vielleicht auch nicht das werde ich nachher mal schauen ich weiß jetzt noch nicht scheint wirklich nur reingesteckt zu werden weil ich hier auch kein loch sehe um da irgendwas durchzuführen die werden nur eingesteckt ok ohne nicht gut dazu aber gleich mehr hier sind die rotoren schutz bügel da ja die müssen natürlich festgeschraubt werden hier ist das loch da die werden eingeklickt und dann hier mit dieser durchführung damit der schraube befestigt ich tue es jetzt erst mal auf seite ich krieg das immer nie so hin wie das die hersteller immer verpackt dann ich bin da auch wahrscheinlich zu ungeduldig okay hier haben wir noch ersatz rotorenblätter es kann immer mal passieren dass eine mal abbricht das schöne finde ich auch dass man zwei farben habt so weiß man wo der vordere bereich ist ich denke orange ist der vordere bereich und schwarz der hintere bereich dass man immer erkennt in welchem modus das ganze sich befindet gerade oder in welcher damit man da sich nicht vertut kann man das auch mit sicht bei sichtflug erkennen wo vorne und hinten ist wenn die drohne jetzt mal 20 meter weiter weg ist so was haben wir denn hier hier haben wir die bedienungsanleitung ach bedienungsanleitung fernbedienung ja mit digital anzeige benötigt vier batterien da muss die schraube erst aufmachen ich habe noch keine batterien eingefügt wie gesagt ist das erste mal jetzt dass ich die andere gut ist eine übliche fernbedienung mit digital anzeige hier ist der headless modus der kopflos modus der ist entscheidend eigentlich gerade für anfänger dass egal wenn die drohne fliegt also hier ist wenn man jetzt so vorne ist wenn man die jetzt drehen sollte und man nach links steuert fliegt die drohne trotzdem nach links normalerweise würde sie nämlich bei umgedrehten dingen drohne nach rechts fliegen das ist gerade für anfänger besonders schwierig daher wird dieser kopflos modus nachher mal eingeschaltet damit man egal in welche richtung man fliegt die drohne auch wenn man quer fliegt und man nach vorne drückt zum beispiel fliegt die drohne nach vorne auch quer das nummer als information für anfänger sehr sehr gut geeignet kann ich nur wärmstens weiter empfehlen damit da gerade am anfang keine crash passieren und dass man trotzdem gut fliegen kann ja hier so ein flip um das ding um 360 grad zu drehen das kann man später mal machen wenn man wirklich alle anderen sachen ausgeschöpft hat hier ist noch ein knopf hier hat man zwei modis einmal langsamer modus und einmal fortgeschrittener modus glaube ich ist das das ist die leistung die dann freigeben wird am anfang ist ein bisschen reduziert der slow modus damit man gerade am anfang nicht zu viele hektische bewegungen macht und so weiter und später kann man auf den fortschritt modus gehen also auf den höheren wo dann höhere leistung freigegeben wird okay das nur mal für den anfang ich finde es eigentlich sehr ordentlich verbaut und macht einen guten eindruck ja hier haben wir hier bitte aufpassen hier sind die schrauben drin diese bitte nicht zu hektisch öffnen ein bisschen klein man ist ein bisschen klein sollte man darauf achten wie der schraubenzieher ist hier drin das habe ich eben vergessen zu sagen diese bitte vorsichtig öffnen weil ansonsten fliegen die schrauben durch die gegend und sind nicht mehr gesehen also ich kenne das ich habe da erfahrung drin ok hier sind auf jeden fall die schrauben da kann ich jetzt auch dass sie auch nicht rauskommen die sind zum befestigen der rotoren schutzbügel da und hier haben wir die ja eine schöne usb stecker mit 4 gigabyte speicher ich guck mal ob man das erkennen kann man war jetzt fokussiert mein handy auch ja so viel gb speicher ja auch ist sehr schön und aufmerksam dass man im endeffekt nachher dann die bilder direkt im pc einstecken kann und gucken kann die bilder und videos und sich da ja die ganzen sachen anschauen kann ohne dass jetzt in micro sd karten leser reinstecken zu müssen ich muss noch herausfinden wo ich die karte hier einstecke ich denke mal hier irgendwo an der seite hier oben hier wird die karte eingesteckt hier ist der bereich dafür damit man dann während dem flug auch filmen kann die aufnahmen können von der fernbedienung ausgelöst werden ja vom handy glaube ich die aufnahmen werden glaube ich auf dem handy selber gespeichert genau das weiß ich aber noch nicht werde ich gleich oder später ausprobieren und dementsprechend berichten was ich sehr schön finde ist die bedienungsanleitung ist auf deutsch das ist schon mal sehr gut ich wir haben ja auch eine englische bedienungsanleitung dabei aber deutsch ist gerade bei so ein bisschen komplizierteren sachen doch immer sehr schön gut das deutsch hoffe ich dass es doch ordentlich geschrieben ist smartphone am sender anbringt ja macht eigentlich also ist verständlich aufgebaut hier sollte man keine großen probleme haben um nach links und rechts zu fliegen betätigen sie den vorwärts rückwärts ja also das deutsch ist auch lesbar und verständlich das ist auch manchmal anders hier aber passt es gut hier ist noch ein schneller eingang zur benutzung das ist wieder das ist wieder dieses chinesisch deutsch dieses google übersetzer aber okay ich will jetzt nicht so jammern auf hohem niveau 80 prozent der kunden fand diese schnellanleitung hilfreich ja nicht dass ich gleich zu den 20 prozent gehöre die also hier ist eine schnellanleitung dabei auf deutsch und die werde ich mir gleich mal ja ist ein bisschen klang beschrieben aber okay ich hoffe das wird dem keinen abbruch tun und wenn man mal schnell wenn man sich schon ein bisschen auskennen kann man diese schnellanleitung nutzen und direkt loslegen ok das war der erste teil dankeschön fürs zuschauen und ich lege gleich los mit dem zweiten teil und ja bin mal gespannt auf die flugeigenschaften und auf die aufnahmeeigenschaften der kamera zum beispiel der drohne ok dankeschön und bis nachher ja hallo hier bin ich wieder hier habe ich jetzt die drohne mal getestet auf funktion und auf aufnahme und so weiter ich war auch draußen ist ein bisschen windig aber hat doch funktioniert ja dazu habe ich hier die an der drohne die sd speicherkarte hier unten eingefügt nur das kann man nur in eine richtung einzug man kann es ein bisschen erkennen ja wird ein bisschen schlecht mit dem licht auf jeden fall ist diese hier vorne drin vorne ist die linse hinten wird sie eingeschoben dies kann man auch nur in eine richtung einfügen gut ich zeige mal eben an die videos können wirklich die werden nicht auf der auf dem handy gespeichert es gibt auch auf der fernbedienung selber keinen knopf zum betätigen der videos oder fotos das wird alles über das handy geregelt also muss das handy bei aufnahmen zwingend am gerät befestigt sein an der fernbedienung sonst funktioniert keine aufnahme oder man muss halt in der hand halten nur man hat ja schlecht zwei hände frei wenn man die drohne steuert dementsprechend besser hier dran halten gut ich zeige mal eben wie es überhaupt funktioniert das erste einschalten und so weiter mit dem doppel system ich muss ein bisschen zügig machen damit hier wird es eingeschaltet hier ist ein schieberegler hier leuchten auch die dementsprechenden dioden hier weiß und hier grün für vorne also der orangenen bereich ist der vordere bereich so jetzt geht man hin und ich stehe das mal ein bisschen auf seite so ich habe jetzt mein huawei handy ja ich muss ihn noch entsperren gut man hat hier einstellungen ganz normale einstellungen da geht man in die wlan einstellungen rein geht auf u dirk fps fpv ich hoffe man kann es sehen hier mit den drei fdd und so weiter verbindet sich mit diesen verbunden kein internet zugang ist ja klar geht jetzt hier wieder raus geht jetzt hier auf die urdirk fpv app diese ist hier vorne also fernbedingung ist noch ausgeschaltet das auch kein problem drückt hier auf diese türeingang so und hat jetzt hier das bild von der kamera ich mache die mal ein bisschen weiter ich kann mal eben meine blume filmen zum beispiel das habe ich eben schon mal gemacht so ich kann auch den raum mal filmen meinen tisch küche so sieht es aus ja also man hat also direkt hat man hier leicht bild kann diese kennen das war von meinem handy gut das nummer als erstes man kann auch jetzt zum beispiel hier direkt die einstellungen starten hier den kopflos modus einschalten könnte ich jetzt zum beispiel direkt auch fliegen so das funktioniert also mit der app auch gut man kann aber natürlich auch mit dazu natürlich ich mache das lieber mit der fernen bedienung hier dafür schalte ich diese ein einmal hoch und einmal runter dann ist das ganze system aktiviert und kann jetzt auch die drohne steuern das mache ich am liebsten also steuern über die fernbedienung und wenn wir jetzt ein bild machen möchte und video drückt man hier muss man hier auf aufnahme drücken das hier ist ein video symbol hier ist ein kamera symbol so jetzt nimmt die kamera automatisch alles auf was ich jetzt hier mit mache das wird gespeichert auf der speicherkarte das zeige ich jetzt gleich mal ich mache das video mal wieder aus das war ein kleines video jetzt zeigt mal wie ich draußen geflogen bin wie die aufnahmequalität ich habe ein paar bilder geschossen ja die trim eigenschaften die man hier auf der app hat hat man natürlich hier auch also alles vergleichbar da muss man sich nur kurz also viele bedienen symbole sind auch nicht vorhanden das sollte eigentlich zügig funktionieren gut ich schalte das system mal wieder aus beides die drohne auch ja flug eigenschaften bin ich zufrieden mit ich kann generell nicht so sehr gut fliegen damit mein sohn kann das viel besser hol die sd karte mal raus die speicherkarte micro sd karte das ist ein bisschen fummelig da kann man die kamera die kamera entnehmen habe ich aber jetzt nicht gemacht also ansonsten mal eben mit einer pinzette rausfügen funktioniert dann leichter hier ist die speicherkarte jetzt die 4 gb speicherkarte diese füge ich jetzt hier in die richtige richtung ein so und werde beim pc einfügen dazu nehme ich jetzt mein micro ab und das handy hier bin ich auch mein pc hier haben wir die speicherkarte so füge die mein laptop ein richtig rum sollte es schon sein ok so jetzt welch das laufwerk aus so die videos werden in mp4 gespeichert fotos im jpack ja hier haben wir jetzt videos fotos tmp sind so eigene systeme da haben wir eigentlich nichts zu tun ich muss jetzt gucken wo ich jetzt hier bin ich gehe mal auf videos so das letzte video hat 237 wird hier numerisch festgehalten welches man gemacht hat ohne datum leider aber okay in mp4 format ich mache mal das flug video was ich jetzt eben gemacht habe draußen man muss sich erst mal dran gewöhnen an die ganze bedienung und so weiter funktioniert aber einfach frei ich hätte die kamera ein bisschen weiter nach vorne richten sollen damit man eine weitsicht hat habe ich jetzt hier nicht gemacht ja gut man es war ein bisschen windig aber funktioniert einfach einmal freier wesentlich besser als diese kleinen drohen da bin ich selber zu sehen wie ich in deckung gehe ja das nur mal ein kleines beispiel über die qualität von der kamera ich kann noch mal bilder zeigen dafür also hier werden die ganzen videos aufgezeichnet der video ordner die sind automatisch angelegt worden hier der foto ordner ich kann mal jetzt das letzte foto mal nehmen was ich jetzt gemacht habe das ist ein foto jetzt von der drohne selber also ich finde es bei ehrlichkeit und bei ausleucht ist es eigentlich wunderbar macht einen guten eindruck ich bin also sehr zufrieden von dem system und ja einzige was ich ein bisschen blöd finde ehrlich gesagt ist mit dem dass man die videos auf der speicherkarte einschalten muss an der handy app das hätte man auch einen knopf machen können auch eine fernbedienung das fand ich jetzt ein bisschen blöd aber gut wenn es jetzt da eingehackt ist schaltet man die am anfang vom start mal ein und dann läuft es halt im endeffekt zwischendurch fotos machen während man fliegt ist ein bisschen schwierig denke ich mal da gleichzeitig foto knopf zu drücken und daher spezialisiert man sich eher auf die videos und ja von mir daumen hoch gute drohne gute flug eigenschaften und die kamerabilder sind akzeptabel und gebrauchbar sieht man ja selber sind sehr schön eigentlich ok lieben dank fürs zuschauen und ja viel spaß beim fliegen und schönen tag noch dankeschön